Schönen guten Tag auf YouTube, wir sind hier wieder vom PlayZee für euch in Minecraft, hinter unten seht ihr unseren Baum, den habt ihr vielleicht schon öfter mal gesehen, das ist unser Verkaubaum, wir dachten uns, das ist mal eine schöne Kulisse, es wird gerade Abend hier in Minecraft und bevor die Nacht hereinbricht, können wir euch ja noch eine gute Geschichte erzählen, also es war einmal ein Barsch, der war so hässig, dass alle Leute gestorben sind, geht es zu Ende, wer kennt die Geschichte, bitte in die Kommentare schreiben Lass mich raten, du bist der Barsch Nein Du bist der Barsch Das hast du nicht gesagt Doch Nein Schwertkampf, los, Schwertkampf Ich hab nur noch ein Herd, lass uns das Ich hab auch nicht mehr viel mehr Was für dich opfer ich das? Lass uns doch mal nochmal in den Nether gehen und wir müssen da ja noch an unserem Sicherheitsgang vielleicht ein bisschen weiterbauen Ja, da waren wir schon lange nicht mehr Wir haben ja, ich nehm mal das ganze Zeug mit hier, also ich hab mal drei Stacks Stein und so ein bisschen ein paar Stone Slaps mitgenommen Das ist schön Ja Also ab da Ab da Wow Und ich hoffe man, dass hier noch was zu essen ist, ja, da ist noch sage und schreibe ein Kind Ich hab noch welche, wenn du... Ah, toll. Cool. Ja, das brauch ich jetzt aber auch nicht, die pack ich in der Kiste, weil ich hab das Essen so weit voll, dass sich mein Leben dann dadurch generiert. Ja! Ah, ein Mühnchen. Jetzt hat's funktioniert, jetzt haben wir zwei davon. Cool. So. Ähm, die Frage ist... Ist hier ein Garst? Ja, apropos Garst, ich hab meinen Bogen gar nicht dabei, fällt mir grad ein. Dann müssen wir so arbeiten. Wir müssen da rüber zur Burg. Zur Burg? Dann würde ich erstmal den groben Weg machen und nicht den Rand. Ja, da gut. Das ist schon komisch, dass hier gar nix los ist, oder? Aber Monster sind diesmal angeschaltet. Da ist ein Magmaschleim runtergefallen und da hab ich dir jetzt den ersten Garst dahinten gesehen, so ganz leicht. Aber der ist weit weg. Aber hier irgendwo ist ein Magmaschleim runtergesprungen. Ich kann dir leider auch nicht helfen, weil... Ich habe nix zum Bauen. Ich hab mich nämlich wieder gut vorbereitet. Ich würde mich bücken, dann kannst du nicht runterfliegen. Also nicht runterlaufen. Das wusste ich nicht. Danke für die Info. Äh, ich habe gehört, dass demnächst auch, äh... Ja, dass da den nächsten Garst zu dir kommt. Vorsicht! Also was hast du gehört? Dass es demnächst ein Update geben soll, wo, äh... Dass dann so Texture Packs dazukommen sollen. Das wäre gar... Oh, gar nicht schlecht. Ja, ich hoffe mal, dass wir hier irgendwo den Bogen doch haben. Ich meine, der ist hier unten in der Kiste. Nee, ist er nicht. Ich hole den mal, eben aus der normalen Welt. Ja. Der Gas ist genau über uns. Boah, das sind seine fiesen Tentakel. Boah, wie ist das Ding denn bloß hingepackt? Aber ich sehe so... Wir sind ja schon bald da rüber, ne? Nee, Hühnchen. Ah, da ist er. Hast du noch Steine dabei? Ja. Zur Not? Ich weiß gar nicht, brauchen wir diesen Schutzwall hier eigentlich noch? Welchen Schutzwall? Den ich hier damals gebaut hab. Eigentlich nicht mehr so unbedingt. Dann baue ich den jetzt ab. Dann haben wir noch ein bisschen Treppen wieder. Und Stein. Boah, aber da kam schon der erste Knaller wieder auf mich zu. Na ja. Dann kommst du bald wieder in die Hölle. Ich bin schon hier. Ich hab Nachschub dabei. Ach, da bist du. Geil. Was uns wohl da erwarten wird, in der Burg. Auf jeden Fall hat mich grad ein Gas getroffen und jetzt bin ich hier. Oh, ich auch. Ich brenne. Dabei hat mich gar nichts getroffen. Nichts explodiert, aber ich brenne. Ich baue dich da in die Burg sonst rein. Hast du den Gas eben getötet? Ja. Jetzt müssen wir uns eigentlich nach oben bauen. Ja, ich würde erst mal sagen, dass wir da nur so einen kleinen Eingang machen, dass wir da sicher sind und erst mal dann hier den Klingeln fertig bauen. Da bin ich auch voll dafür. Weil da oben kommt nämlich schon der nächste Gas. Zunut können wir uns dann erst mal hier drin verflüchtigen. Weil mal wird die Musik irgendwie ganz laut im... Ich hab meine Musik ausgedreht, weil die mir zu doll auf den Keks gegangen ist. Und meine Spitzhacke ist kaputt. Ich hole mal eine Spitzhacke. Haben wir unten noch welche oder muss ich wieder nach oben? Unten sind noch welche. Das ist gut. Ja. Scheiße, ich wollte ihn. Ich glaube, ich habe jetzt, glaube ich, zwei mitgenommen. Und dann noch eine Post, dann muss ich dir zwischendurch eine geben. Ne, ich habe noch ein bisschen. Okay. Ich wollte nur gastfreundlich sein. Ja, ja, das habe ich auch zur Kenntnis genommen. So, da kommen wir auch bald raus. Hm. So, gleich ist es geschafft. Schön. Freue ich mich. Und leider fehlen mir an Stein. Ja, zur Not müssen wir uns hier erst mal reingraben. Ja. Also es fehlen auch nur noch drei Blöcke, die da hin müssten. Also. Ah, hier war die Wand zu Ende. Auf jeden Fall. Weil dieser Stein, der hier, womit hier alles gebaut ist, dann macht das Licht richtig dunkel. Willst du mir ja helfen? Ähm. Willst du mir ja helfen? Also, ja. Es wurde ja damals in die Kommentare geschrieben. Wir sollen über ein Thema reden. Aktuell ist das größte Thema in den Nachrichten, ja, die Olympischen Winterspiele in Sochi. Ähm. Ja, was fällt einem da so zu dem Thema ein? Wir sind die Besten in dem Medaillenspiegel. Also haben die meisten Medaillen. Das sieht gut aus für die Deutschen, ja. Aber ich hab da auch nicht wirklich viel zu zu sagen. Außer das. Mehr hab ich jetzt auch gar nicht so, ich hab mich da gar nicht so drauf konzentriert. Was da läuft. Haben wir, wir haben unten ein Crafting-Table, ne? Ähm. Ja. Müsst du eigentlich. Wenn nicht, wär schlecht. Ich meine, wir haben einen. Und dann, also ich hab dir nochmal Stein mitgebracht und dann auch nochmal, da sind noch so ein paar Stone Slabs und so ein paar Treppen gewesen, die bring ich dir auch nochmal mit. Oh, da oben komm ich endlich in den Gang. Also wenn du wieder zurückkommst, kannst du... Oh, geil. Wir sind mitten hier in diesen Raum angekommen. Und ich baue jetzt auch nochmal hier dieses kurz zu. Jetzt hab ich doch glatt vergessen. Stein mitzunehmen. Diese Sachen da zu craften. Ich dachte, du hast Stein vergessen. Nee, nee. Nee, nee, du doch nicht. Timme vergisst nix. Und neben seinem Leben hat er was vergessen. Lass euch das gesagt sein. Okay. So, jetzt aber auf. Ah, du kommst zur besten Sendezeit. Der Gang ist fertig. Wir sind hier auf eine richtig große Burg gestoßen. Brauchst du noch Steintreppen? Nee, ich hab noch neun und ich denke mal nicht, dass wir mehr brauchen. Aber hier ist die Burg zu Ende zu der Seite. Schön. Mal gucken, was zur anderen Seite so alles passiert. Und da muss ich nämlich nochmal noch mehr Stein holen. Ah, hier ist so ein... Ja, verstehe. Dieses Never Warzenscheiß. Das... Balkon ist ja auch. Findet man hier nicht in solchen Sachen eigentlich normalerweise, ähm... Kisten, wo was drinne ist. Hier ist ein Raum, der ist voll mit diesem... Nether Rack. Hm. Keine Ahnung. Also ich komm jetzt nochmal mit Stein nach Schub. Ah, ich hab hier so ein... Ähm... Lava-Brunnen gefunden. Also sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall ganz schön groß. Irgendwo läuft ein Magma-Schleim rum. Aber ich glaub nicht hier drinne. Ja, Hauptsache ist ja, dass diese Lohnen da nicht wiederkommen. Vielleicht sind wir hier langgekommen. Scheiße, nee. Oh, da ist ein Lohn-Spawner. Wir haben jetzt hier ein Problem. Und zwar sind in unserer Höhle... Jetzt, äh... Zombie-Pigmen. An sich stellen die ja keine Gefahr. Hm. Bin ich von hier gekommen? Ach, ich bin von hier gekommen und dann hier. Könnte sein, dass ich doch zurückfinde. Ja. Bist du im Gang oder wo bist du? Ich bin nur irgendwo nach hier gegangen. Ach so, du bist schon hier drin. Irgendwo da, wo du bist, geht die... Muss die Burg auch nochmal nach unten gehen. Weil hier, wo ich bin, da sieht man noch ein Stück von der Burg nach da unten. Wenn du mal guckst. Ja, aber... Das kann natürlich sein, aber es muss nicht heißen, dass das alles eine Burg ist. Ja, muss ich mal gucken. Ach, scheiße. Ich muss mir was zu trinken holen. Äh, zu essen. Trinken gibt's hier ja nicht. Dann geh ich kurz wieder zurück. Also der Gang ist jetzt auf jeden Fall so weit gar nicht schlecht. Also... Jetzt bin ich aber hier auf mich allein gestellt. Das war ich eben da auch. Da ist ja nichts Gefährliches. Du musst nur wissen, wo du langgegangen bist. Und was bringen uns eigentlich diese Nether-Warten? Oh, da schießt ein Gas auf mich. Damit kann man was brauen. Aber da brauchen wir einen Braustand für... Also du kannst... Du kannst Tränke mitmachen. Und was für welche, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir in dieser Folge auch schon wieder ordentlich was geleistet. In welche... Ach, in die Richtung ist es wahrscheinlich gegangen. Bist du dann hier die Treppe hoch? Nee. Nee, nee, ich bin weiter. Ich war kurz die Treppe hoch. Aber da ist dann nichts. Da hast du gegangen auch schon wieder zu Ende. Das ist nur eine riesen Aussichtsplattform. Ja, ich hab da nur schnell den Gas erledigt. Das sind alles nur Balkons. Ja, aber da geht's noch weiter nach unten. Ja, hier. Das hatte ich ja vermuten, dass es statt diesen anderen... Irgendwo geht's hier runter. Das weiß ich. Ja, hier. Hier hab ich mich durchgegraben. So hier und dann hier hinten durch. Und hier geht's dann ganz runter. Ja, ja, aber da ist noch eine andere Treppe. Oben ist noch eine andere Treppe. Komm mal her. Ja, aber da ist noch eine andere Treppe. Ja, aber da ist noch eine andere Treppe. Ja, da ist noch eine andere Treppe. Ja, aber da ist noch eine andere Treppe.